Es stellte zum 300 Meter entfernten Wohnhaus des Bauern eine PMC-Datenverbindung her, wohlgemerkt über das öffentliche Stromnetz. So weit, so schlecht. Aber das nächste Highlight stand darin, dass der HF... ...eine offensichtlich selbstgebaute Platine überführt wurde, auf der ein HF-Verstärker aufgebaut war. Der dortige Ausgang war induktiv auf eine Phase des Stromnetzes gekoppelt. Ein zum Messer...